einen wunderschönen guten tag meine lieben da draußen herzlich willkommen zu einer neuen folge von the long dark ich will jetzt auch nicht viel rumlabern denn wir müssen hin machen wir müssen weg nach dem riesengroßen angriff von ja aus unserer letzten folge wie sagt uns geht es überhaupt gar nicht gut ja es ist wirklich kein scherz wir sind hier so ziemlich am ende wie gesagt wir hatten uns in der letzten folge irgendwie ja wir wir sind da oben hin was ist das denn okay wir sind gerettet jetzt gut alter ich dass nicht dass die fischer und oder angreifen hier weit ist denn hier oben ich gehe noch an das war interessant ja also die letzte folge die hat ja mal so weit von rein gehauen ich war ja verlassene aussichtszone weiß super war gebunden lassen wir erst mal obwohl könnte man zu einem t machen arbeit für eine aussicht was für eine aussicht ach genau an was denn hätte man hier das sei das ist egal es kümmert uns nicht es interessiert uns nicht wir gehen da nach oben denn uns geht es wirklich nicht gut ja uns geht es wirklich überhaupt gar nicht gut wir müssen erst mal zu sehen dass wir uns verheilen dass wir ja dass wir uns irgendwie wieder auf die beine rappeln das wetter scheint jetzt auch nicht gerade so toll zu sein die aussicht ist ja mal wirklich wahnsinn da waren wir da drüben und wisst ihr noch als wir durch den nebelgang sind und als ich erst mal schön im kreis gelaufen bin man das sind erinnerungen wahnsinn das sind erinnerungen was ist denn hier passiert ok zumachen what the fuck was ist denn hier los hier wer aber sowas von junge junge ich bin der könig ich bin der absolute könig wir haben ein gewehr gefunden wir haben ein gewehr gefunden wir haben ein kletterseil gefunden wir haben so viele gefunden dass wir so schwer sind dass wir gar nicht mehr laufen können das ist aber gar kein problem denn wir sind safe wir werden jetzt ja wir werden jetzt die nächsten folgen werden wir nur hier drinnen bleiben ja ich hoffe mal ihr habt damit gar kein problem habt da auch nicht gewisse doch nein natürlich nicht wir machen erst mal feuer so wir haben so viel holz hier was wir können wir spiritus spiritus vor allem ähm feuer machen so komm mach feuer so wir klatschen jetzt mal tannenholz achso ich dachte das war ein zedernholz ist ja gut ist egal brennstoff hinzufügen denn das brennt schön lange so wir machen einmal kaffee genau wir machen uns einen kaffee so dann machen wir uns einen tee dann machen wir uns noch einen tee und dann machen wir uns noch so einen pilz würde ich sagen warte mal jetzt hier spitzen ne ne wo ist er ne achso ok ähm dann machen wir noch das achso und wasser voll ne Wasser ist wichtig ey wahnsinn wir haben ne bär was soll ich sagen was soll ich wirklich sagen also wenn jetzt wenn jetzt nochmal so ein bär kommt und der nicht mit einem schuss niedergestreckt wird dann will ich auch nicht ich mein gut obwohl so ein bär ich glaube wenn wenn der warte mal Wasser reinigen ne wasser kochen Wasser schmelzen wir machen jetzt erstmal Wasser schmelzen ich glaube wenn so ein riesen Vieh auf dich zu hier rankommt und du den trotzdem ne Kugel in den Kopf verpasst ich glaube der ist nie sofort tot du wir sind nicht so warte mal kurz wir packen noch einmal Tannenholz hinzu so Wasser kochen und zwar alles was wir haben damit das nämlich schön trinkbar ist super super meine Freunde meine Freunde uns geht es richtig gut gerade uns geht es wirklich richtig gut hoffe ich mal wo sind jetzt unsere Sachen äh wo sind denn jetzt unsere Sachen die ich aufgemacht habe hier was ist denn los hä äh ey ey ich habe doch gerade so ok erstmal Kaffee so dann den schönen Kräutertee so genau wieso naja ist egal essen wir und dann kommen nochmal die Pfirsiche genau schön ok prima super dann nehmen wir auch nochmal die Milch hier öffnen und essen ok prima dann nehmen wir äh sag schon so ein Pilz noch ne Antibiotikum weil ich halt nicht weiß ob wir hier ein großer hauptsächlich Nadelbäum achso nö ich würde den ja in Zerner kochen oder braten oder wie war das hier hä verstehe ich jetzt nicht total naja ok es ist egal achso ne ok ähm wie geht das uns ausgelaukt ja ok das ist klar wie sieht das aus hier sieht alles gut aus ok wie sieht das aus mit Klamotten jetzt hier achso weil die kaputt ist ne können wir die jetzt ist jetzt ist die Frage können wir die Sachen ganz machen warte mal wir haben jetzt da Aktion zerlegen zerlegen scheiße das bringt uns gar nichts mehr die die sind komplett kaputt die Sachen so warte mal Aktion reparieren komm mach warte mal äh ja ist egal auswählen er soll versuchen das zu reparieren irgendwie hat das funktioniert ja immerhin ok prima super so draußen ist es dunkel etwa drei Stunden Tageslicht ich würde sagen wir machen hier machen wir das nochmal auseinander und dann machen wir nochmal ein Feuerchen ein Feuerchen Feuer machen und dann legen wir uns hin und schlafen und gehen weiter so wir haben Altholz Zedernholz und mal Zedernholz können wir noch immer drin packen und bei Altholz müssen wir noch ein bisschen drei Stunden so eins von vier Stöcker das lassen wir so das lassen wir auch alles so das lassen wir alles so so wir gehen jetzt schlafen und zwar für wir sind nicht zwölf Stunden machen wir wieder zwölf Stunden scheiß drauf ist egal wir müssen uns erholen keine Chance ja überhaupt keine Chance so okay draußen ist es noch dunkel verdostet nee wir verdosten nicht wir haben genug Wasser meine Güter meine Lieben was soll ich euch sagen was soll ich euch sagen also das mit dem das mit dem mit dem Bärenangriff das liegt mir immer noch so dermaßen im Nacken das kann man sich nicht vorstellen ja kann man sich wirklich nicht vorstellen und wir sind eindeutig zu schwer das ist eine Aktion zerlegen das machen wir alles kaputt das ist ja Wahnsinn aber ich hab echt nicht daran geglaubt dass wir das überleben ja Wahnsinn auf jeden Fall haben wir jetzt eine Waffe ja wir haben eine Waffe schade um die Klamotten zwar aber okay was was soll es es ist halt so wir können es nicht ändern wir müssen uns damit abfinden bei einer Aktion reparieren bitte wenn das geht Koffer ach nun komm ey hör doch mal auf 30% 30% nochmal reparieren komm so lange bis das gut aussieht bitte okay das geht halbwegs super ähm 43% ja okay es ist schwer ja und es hört sich auch sehr danach an ich würde sagen wir gehen wir werden gehen wir gehen oder minus 8 Grad es geht das ist besser als minus 21 Grad wir brauchen eine Werkbank wir brauchen eine Werkbank wir brauchen eine Werkbank wir müssen Sachen herstellen wie ein Pfeil und ein Boom wir haben ein Seil dabei wir könnten jetzt natürlich runter gehen aber wir gehen zurück wir gehen weiter in die Richtung wir müssen rechts also glaube ich zumindest da ist ein Tierchen ja jetzt jetzt ist natürlich die Frage ähm verschwenden wir verschwenden wir eine Kugel um das Vieh hier zu erlegen ich würde sagen wir lassen es wieso kann ich denn jetzt nicht sprinten weil wir zu schwer sind ja ja noch langsamer ey ist das doch nicht dein Ernst jetzt ok wir können nicht sprinten ich will hier auf jeden Fall weg genau wir müssen in die Richtung wenn ich mich wenn ich mich nicht irre wir gehen einfach dann können wir halt nicht sprinten dann ist das halt so das kann es nicht ändern 43 Kilo wir müssen zusehen dass wir das Gewicht irgendwie reduzieren aber das Gewicht ist halt so schwer aber wir brauchen das Gewicht ja wenn der wenn der Bär wiederkommt ey dann stehe ich ungefähr nackt da ganz ehrlich der hat uns ordentlich zu gesetzt da ist ein Wolf muss das jetzt sein es kommt gleich ey was ist denn hier los Gottes Willen Gottes Willen ey scheiß Mistvieh scheiß Mistvieh ey das gibt es doch nicht was ist hier los wo ist meine Waffe wo ist meine Wehr meine Wehr bitte wo ist meine Wehr sechs Kugeln Alter ey ey das also was ist hier los das wird ja mal härter das Spiel jetzt kommt das Vieh zurück oder was ey hau bloß ab hau ab geh weg ey ich lass dich in Ruhe du lässt mich in Ruhe hast du mich verstanden ich will da lang da lang wo du lang grenzt ist mir ja ist mir ja ich zieh da durch jetzt mich kann hier nichts aufhalten nichts außer der Bär wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal schön einen Schuss äh umsonst ab so ist mir scheißegal jetzt ja ey hör doch auf man so was können wir hier jetzt machen Fleischhaut Darm wir nehmen auf jeden Fall immer noch Darm mit und und ein Kilo Fleisch so komm zerlegen wie lange dauert das da eine halbe Stunde komm mach hin mach einfach nur hin ja hör auf zu meckern Alter wir müssen weg hier das ist doch sowas von scheiße ich hör ich hör wohl äh hier Bär kapps grad so oh ihr hört das ist doch das ist doch das ist doch jetzt irgendwann wir müssen genau wir sind richtig also irgendwann wenn wenn ich mich recht erinnere müsste irgendwann jetzt eine Höhle kommen ich hoffe hier kommt eine Höhle hier müsste jetzt auf der rechten Seite müsste eine Höhle kommen also wenn das stimmt was damit dann nicht stand ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht aber das sieht gut aus was ist das ist das eine Höhle ok auf jeden Fall ist es überdacht ok wir verlassen ach du scheiße wird uns wenigstens wärmer ok also kalt ist uns nicht mehr Magnesiumfackel ich würde sagen ich würde sagen eine Magnesiumfackel die sparen wir uns jetzt an der Stelle denn wir haben noch so viele wir haben wirklich noch so viele wir machen einfach mal eine an ok so was ist Metall Metallschrott Zeitung Lampen oh Lampenöl nicht schlecht Kohle ok natürlich damit können wir richtig gut Feuer machen bestimmt aber ok meine Lieben wir machen folgendes wir werden in der nächsten Folge weitermachen ich bin total gespannt ich weiß es nicht also wie gesagt ich hab mich nur im Internet mal so ein bisschen erkundigt wo wir ungefähr lang müssen damit das nicht langweilig wird Wahnsinn Wahnsinn meine Lieben können wir können wir das jetzt ablegen ne ne ok wir machen das so meine Lieben wir sehen uns in der nächsten Folge wieder ich werde hier erstmal dezent schlafen gehen und dann würde ich sagen ja vielen Dank natürlich für zuschauen ne ja keine Frage bleibt gesund passt auf euch auf ähm das ist so ein Screen wer war super wie gesagt passt auf euch auf ich bedanke mich recht herzlich für zuschauen lasst einen Daumen nach oben da lasst einen Kommentar da würdet mich total tierisch drüber freuen ja und dann hoffe ich dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen also meine Lieben bis später